Ja, hallo Leute und so und es geht wieder weiter mit DLC Quest, wie ihr mir mehrmals freundlicherweise mitgeteilt habt, ist das Spiel ja noch gar nicht zu Ende, ich war einfach nur zu blöd dafür, ich hab einfach nicht gelesen. Das Spiel geht noch weiter, es gibt scheinbar noch einen letzten Endboss und scheiße ist das laut, ich muss das mal für mich leiser machen, na, na, leiser, komm schon, ja, hooray, es ist ein angenehmer Lautstärke, okay und wir gehen wieder weiter. Das Spiel ist nicht zu Ende, ist das nicht wunderschön, oh ja, das ist es und hier geht's entlang, mal schauen, was uns erwartet, ich... Aha, 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 das ist also ein letzter Endboss, okay, okay, ist okay, ja, okay, alles cool, ja, statt mich nicht, jetzt könnt ihr die Crates auch mal ganz sehen, ja, ja. Verdammt, wo muss ich denn hingehen, um den zu sehen? Naja, das wird schon irgendwie klappen, ja, voll danke und Tester und so. Ich mag die Musik. Danke fürs Spielen, ich folge euch nicht auf Twitter, hört auf mir das die ganze Zeit anzudrehen. Das ist ja schrecklich. Äh, Continue Game. Okay, jetzt aber, jetzt frage ich mal, Hallöchen, ja, ja, du bist tot und so, voll schlimm. Oh, finished the Fight Pack, aha, aha. Okay, ich kaufe das und dann, okay, das wurde gar nicht gespeichert, das ist schön. Und jetzt geht's nochmal da rüber und dann werden wir hoffentlich den letzten Endboss treffen. Das wäre ziemlich knorke. Okay, ich bin schon gespannt, ich schieße meine gigantischen Riesenkugel-Willi-Kugeln durch die Welt. Oh, es geht weiter. Leute, ich bin gespannt. Ach genau, wir müssen ja die noch retten. Äh... Ey, Alter, lass mal die Prinzessin frei. Mann! So reden, Nerds. Ich bin der Bad Guy. Du bist voll scheiße, Mann. Du musst erst ein Sequel kaufen, um den Bad Guy zu töten. Nein! Nicht nur in DLC. Jetzt brauchen wir auch noch eine Fortsetzung. Ich habe kein Problem damit, dich zu töten, Alter. Mein Pferd! Pferd! Oh, nicht mein Pferd, das ist unverwundbar. Ich habe auch schon oft drauf geschossen. Hooray! Der Bösewicht ist besiegt. Mein Held! Yeah, das bin ich. Yay! Nochmal die Credits, nur diesmal mit Prinzessin und Pferd. Jaaaay! Ne, ich weiß nicht. Good Ending, Bad Ending? Was? Ich glaube, das hier ist das Bad Ending. Verdammt! Ich hätte die nicht alle töten sollen oder so. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Hm. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein schönes Ende. Ein immer noch nicht so cooles Ende. Aber vielleicht kommt ja noch was. Und? 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 Es kommt... Stats! Was? Mir fehlen 16 Münzen? Verdammt! Ich habe alle DLCs. Verdammt! Ich habe gar nicht alles. Verdammt! 49 Stunden? Verdammt! Statt! Okay, ich muss das Game in einer Session schaffen, meinen Score hochzuladen. Okay. Scheinbar haben wir gar nicht alles gefunden, aber... Ähm, ohm, ohm... Ich will das jetzt auch nicht noch mal neu spielen. Vielleicht werden wir es noch mal irgendwann spielen oder so. Oh, mal schauen. Auf jeden Fall, liebe Leute, das war es jetzt wirklich mit DLC-QS, ein wunderschönes Spiel. Solltet ihr euch kaufen und so, das ist cool, folgt denen auf Twitter, besucht ihre Website, liked ihr Video, favorisiert ihre, keine Ahnung, DLCs und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mythos of Playing spielt einen Nerd. Ja, bis demnächst. Tschüss.